ja hallo zusammen ich begrüße euch zu einer weiteren runde grim dawn ja ich fange noch mal an weil ich hatte ja beim letzten mal ihr schnauze ich fange noch mal an weil ich aber im letzten mal abbrechen musste und auch heute irgendwie jungs ist jetzt mal gut hier ich habe ja die woche echt viel aufgenommen bin ich ja ganz ehrlich ihr habt es wahrscheinlich auch verfolgt es kamen jetzt einige titel die mich interessierten gestern habe ich erst gestreamt na was mit ihr denn los arschloch ist nicht bereit na gut dann also was wollte ich sagen ja gestern hatte ich final fantasy 7 das remake gestreamt nach hier war auch ja ich erinnere mich das remake gestreamt ich habe persona 5 angefangen und finde es auch fürchterlich gut muss ich ganz ehrlich sagen nach geld ja was noch lalala last epoch dann hatte ich noch zwei aufnahmen von lost ark ja grüben dawn also ihr seht ich nutze meinen erlaub haut ab lasst den scheiß einfach sein lassen könnte das mal lassen nehmt einfach aber nehmt reichlich einfach schnauze halten immer noch bin ich so ein bisschen am kämpfen und ich meinte jetzt nicht das normale kämpfen mir fällt gerade was auch auf die ach du stein kannst auch mal die fresse halten aua lass das doch mal so jetzt muss man ja mal gucken das ist die 6 naja sollte ich vielleicht mal das nimmt der hände ja kein ende na dann machen wir es jetzt anders erst mal das ding hier weg wenn wir erstmal lassen erst mal live holen das hat aber irgendwie wirklich funktioniert ich will das scheiß ding dann kaputt haben weil das sport halt immer mehr gegner heran gleich mal zum einschicken dicke prügelei schnauze so jetzt kann man das ding dann mal kaputt machen dann kann ich euch auch freundlich begrüßen danke so jetzt aber leute genau ich habe es echt viele games die mir gerade echt gefallen und das ist natürlich problematisch ich würde sie am liebsten alle spielen dafür reicht mein urlaub aber auch gar nicht aber egal heute ist samt ostersamstag ich nehme ein bisschen auf fünf minuten denke ich mal haben wir schon rum ist 11 40 muss müssen nur für mich weil ich keine uhr mit am laufen habe das lässt das nvidia tool leider nicht zu lalala aber was ich muss mir gerade einfällt ich könnte bei nächster gelegenheit mal stream deck benutzen und da ein counter drauf laufen laufen lassen so das mal dazu wir hatten beim letzten mal schon zwei wagen geholt oder genau es fehlt uns nach der östliche wagen der östliche wagen fehlt uns noch östlich bedeutet hier irgendwo vermutlich ist jetzt einfach mal eine vermutung die ich mal so ausspreche gut dann bewegen wir uns auch auf schnellstem wege gern osten das alte spiel ich finde mich überhaupt nicht zurecht so map technisch ist das echt der letzte rotz es ist auf melmus also diese ganze mal muss gehen geht mir geht mir teilweise so dermaßen auf den sack weil es einfach total unübersichtlich ist so wie jetzt gerade ich glaube wir müssen hier durch dann dürfen wir uns wieder auf engsten raum prügeln sehr schön schnauze jahre schlöcher können wir das mal lassen der eine skill bringt mir zum glück immer leben zurück weil ich dann im nahe kopf bin und zu sehr auf die fresse bekomme aber nicht manchmal nicht genug muss man sagen ist das ein boss ne das ist einfach nur ein dickes arschloch so mal eben kurz hier rückzieher machen ja das ding machen wir mal kaputt hier dankeschön ich habe natürlich meine kiste oder beziehungsweise meinen inventory nicht leer gemacht ihr kennt mich da einfach vermutlich zu gut wenn man das mal kaputt machen hier dass hier nicht noch weitere gegner marschiert kommen und dann können wir uns auch um die gegner kümmern also ich brauche auf jeden fall mehr heilungstränke das ist mal offensichtlich aber gut wie gesagt ich es ist so komplette spielweise verändert sonst hat man sich hingestellt und geguckt was seine minion zu treiben immer einfach mal hierüber alle jungs leidet ihr arschlöcher das schöne ist diese diese 1er dieser 1er skill wie heißt er genau hier böses vorzeichen verteilt sich schön auf die umliegenden kameraden und machte auch mal wie man sehen kann dezent aber für die jungs gefällt mir sehr gut kann man sie erstmal ganz in ruhe ausbluten lassen ach da sind schon wieder welche kommen hier 1 und die fünf bitte schön und jetzt machen wir uns mal im vom acker dann können wir jetzt mal die drei haben nach leck mit der marsch hier ich höre meine lady immer schreien das gefällt mir gar nicht so über alle jetzt seht zu dass ihr land gewinnt ehrlich so schnauze voll mit euch lebt das ding ach das ding lebt immer noch hier hinten die fünf einmal da drauf bitte so mein braus aus dem gedöns hier kannst du mal das ding kaputt machen hier so jetzt diese blöde immer noch nicht da auch die müsste doch im arsch ein oder er ist sie so das hätten wir auch wir müssen am besten ein gebiet das man nicht kennen weil da müssen wir nicht noch mal alles nieder prängeln was wir vielleicht schon längst gemacht haben oder mit ziemlicher sicherheit sogar schon ab wieso kannst du mich durch fenster schlagen es kann aber nicht angehen hier nehmt war nehmt reichlich so ja 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 ich hasse es ein zu enges nachkam bursche du willst mich doch verarschen aber jetzt kommen deine kumpel zu da war es interessant nach der scheiße kann man mal weg machen hier bevor das hier gleich noch mehr werden das wollen wir ja nicht und noch mal schön den zaubern daher und aus maul so verlangte glute hat er natürlich automatisch genommen das ist gut so ich will trotzdem in den osten man mich dadurch ja hier komme ich durch da nicht aber da müsste ich doch irgendein hier komme ich raus hallo ja 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 deinen komischen scheiß kannst du dir mal ganz geflüssig an die nage an die nage backeln oder was wollte ich sagen ich habe keine ahnung was ich sagen wollte das ist oftmals so eine sache übrigens liebe grüße an die chris by the way ich hatte das falsch geschrieben falsch geschrieben oder auch falsch gesagt gab chris ist eine sie wo sie mich heute auch explizit darauf hins schöne grüße nach malle sag ich da mal sie liebt oder sitzt gerade auf malle fest so ein bisschen alter was soll denn der scheiß hier die dicken sind immer so ein kleines problem weil sie uns auch gut auf die fresse geben kannst das mal lassen ich habe nur noch 30 tränke jahre die tränke werden mehr aber das ist jetzt also mein kleinstes problem im grundsatz so ach herr jüchen das ist nicht euer ernst oder das meint ihr doch nicht ernst so hellen monster erledigt so mögen wir es so lieben wir es lalala so ach jungs echt jetzt nicht okay die drei die zwei andersrum so ist richtig jetzt geht mir nicht auf den piss ihr habt ihr mal eben ganz kurz den knochen gedöns hier ich habe natürlich in der woche dadurch dass ich so viel aufgeben noch ein hellen monster sehr schön dadurch dass ich in der woche so verschiedenste sachen aufgenommen habe natürlich nichts optimiert an meinem char damit das mal so klar ist ich habe jetzt also keine keine zusätze eingebaut und so weiter und so fort das habe ich einfach mal alles nicht gemacht weil ich ja weiß ich auch nicht keine ahnung weil ich doof bin wahrscheinlich aber ich habe einfach echt zu viel zu zacken gehabt das muss ich einfach mal so sagen und das mag jetzt blöd klingen aber die sind alle gut die spiele das ist mein problem weil ich brauche dringend heiltränke schnauze kann ich mein weg hier danke das ist damit sicher wieder ein boss dabei ne das sah mir eben irgendwas ziemlich bossig aus macht ja nix jetzt aber so so da da ist er ja dann haben wir jetzt nämlich erledigt ja aber das machen wir nicht mehr in dieser folge weil es ist zeit müsste eigentlich ganz gut rum sein ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit euer zusehen bleibt mir weiter wie heißt es ist egal sprachfehler bleibt mir weiter weiter gewogen das war es was ich sagen wollte schaut euch gerne mal last epa rock und auch gerne persona 5 ist es anders als das was ich sonst spiele es ist aber sehr 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 gut ich kann es echt nur empfehlen also vielen lieben dank lasst gerne ein abo da falls ihr noch nicht habt ein like ein kommentar gerne auch kritik wenn sie sag ich jetzt mal näher nicht einfach nur drauf kloppen ist sondern konstruktiv ist nehme ich gerne an diskutiert das auch gerne mit euch aus beziehungsweise sehe dann ob ich das für mich auch so sehe also bis dann dann tschüss